Der Force India-Fahrer hat bis jetzt ein starkes Rennen gezeigt, aber nun werden seine Zeiten schwächer. Scheinbar gibt es Probleme am Auto. Kann er die letzten Runden noch durchhalten? Der Force India-Fahrer Der Force India-Fahrer bis jetzt. Der Force India-Fahrer Der Force India-Fahrer Du schlägst dich hervorragend. Letzte Runde. Halte die Position. 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 Die Position.